Ja, willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe. Heute in einem, ja, etwas kürzeren Stream. Hat den Grund, weil meine Schwiegereltern, also die Eltern von Tribi gleich vorbeikommen, hier auch übernachten, deswegen fällt der morgige Stream auch aus. Ja, und da ich ungefähr eine Stunde Zeit habe und Mario Kart 8, äh, Mario Maker mir dann irgendwie zu stressig wäre mit vielen krassen Leveln und so, weil es kann sein, dass ich dann irgendwie nur zwei, drei spielen kann. Spielen wir heute mal eine ganz gemütliche Runde Mario Kart 8 Deluxe. Ganz schön klassisch. Entspannend, ihr könnt gerne mitspielen, wenn ihr möchtet. Und, ja, wir gucken mal. Vielleicht haben die Leute ja Bock auf Mario Kart 8. Schauen wir mal. Oh, ich sollte nicht weltweit suchen. Den Fehler habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. Ja, dann ist das wohl nichts mit der Entspannung. Falscher Raum. Ach, ja. Ich glaube, das Spiel ist auch abgestürzt, kann das sein? Oder ist OBS hängen geblieben? Nee. Ja, ich suche jetzt regional. Ich probiere da mal rauszugehen, weil das ist... Wenn ich mir das schon angucke... Ein durchaus anspruchsvoller Raum. Wie der da drin... Nee, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich mache regional, das macht mehr Sinn. Aber jetzt, hier kann ich auch gar nicht raus, außer ich beende das Spiel, ne? Aber dann kriege ich wahrscheinlich irgendwie Mega von Nintendo. Deswegen lassen wir es einfach mal gerade laufen. Kann ich auch noch Kaffee trinken? Ist ganz gut für mich. Ja, morgen, wie gesagt, fällt der Stream dann aus. Montag bin ich dann dabei beim Streamen. Muss ich mal gucken, denn da ist tatsächlich Hochzeitstag von mir und Twebi. Erst hat Twebi gesagt, sie möchte, dass ich da nicht streame. Habe ich auch dann schon mit Rikos und Zellos kommuniziert. Und, äh, ja, aber heute hieß es jetzt, okay, du kannst doch streben. Mach ruhig. Von daher, schauen wir mal. Ah, herrlich. Das lebe der Kaffee. Ja, und ich habe ungefähr eine Stunde Zeit für Mario Kart 8. Dann muss ich noch ein bisschen, äh... Ja, Kraut zupfen, bis die Eltern da sind. Eine ganz tolle Aufgabe. Aber ich werde es wohl irgendwie überleben. Aber wenigstens gibt es nicht, dieses Feature zuzugucken. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Sie ist Splatoon, wo man drei Minuten lang diesen grünen Wartebildschirm anguckt. Das ist aber auch echt ein Fail, muss man sagen. Weil bei Splatoon 1 war das ja, glaube ich, schon so, dass man dann über diesen grünen Bildschirm einfach gesehen hat. Ach so, ich kann tatsächlich noch rausgehen. Sehr gut. Ja, nee, wir machen mal regional. Das macht mehr Sinn. Weil jetzt irgendwie nur Lads da zu werden und auf die Fresse zu kriegen, ist zwar ganz witzig ab und zu, aber, nö, das ist mir ja gegen, ja, das ist so krass, der Raum. Vor allem, glaube ich, Mario Kart 8 ja auch nicht... Also früher am Anfang, so das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre, habe ich jeden Tag täglich Mario Kart 8 gezockt. Doch, was für ein Unterschied! Guckt euch mal den Raum, den wir gerade waren, im Gegensatz zu dem jetzt hier an, mit den Punkten und so. Krass ist das. Naja, was wollte ich erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, ja, genau. Die ersten zwei Jahre von Mario Kart 8 Deluxe habe ich das wirklich jeden Tag gespielt. Für die bin ich ja hoch. Ja, mach einfach, komm einfach rein, Smoy, alles gut. Aber dann irgendwann, nach so ein, zwei Jahren, habe ich es dann halt immer unregelmäßiger gespielt und mittlerweile spiele ich Mario Kart 8. Ja, immer wenn ihr seht, dass ich Mario Kart 8 streamte, spiele ich tatsächlich Mario Kart 8. Außerhalb des Streams spiele ich es eigentlich gar nicht mehr. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern einfach, ja, es ist halt sechs Jahre alt, ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Du hast 3000. Ja, passt doch, die haben doch auch 3000, der eine da zumindestens. Ach, ja. Moratine. Charle Lys. Viele Franzosen. Ja, Mario Kart 8 ist und bleibt nach wie vor ein richtig geiles Spiel, was echt Bock macht, aber ich kann das nicht mehr täglich spielen. Dafür ist es einfach schon zu gut totgelutscht. Aber ist das meistverkaufte Switch-Spiel nach wie vor, ne? Das hat sich irgendwie, ich hatte es doch letztens mal nachguckt, ich glaube 23 Millionen mal verkauft, irgendwie. Auf Platz zwei ist, glaube ich, Smash Bros. mit 19 Millionen. Aber ich finde, wenn man es dann mal wieder rauspackt, was es Mui auch gerade schreibt, ist es dann wieder ganz cool, wenn man es mal alle paar Wochen einmal rauspackt, macht es auf jeden Fall immer noch Bock. Aber das ist jetzt kein Spiel, was ich wieder anfangen werde täglich zu spielen, um versuche, besser zu werden. Ich spiele das mal und ich habe da auch echt Spaß. Ich liebe ja die Mario Kart Reihe. Ist ja so eine der Videospiel-Serien, die ich tatsächlich am allerliebsten mag. Ich überlege gerade, welche würde ich denn noch nennen? Also Final Fantasy müsste ich da noch auf jeden Fall noch nennen als Videospielreihe. FIFA-PASS, also halt so Fußballspiele. Tomb Raider auf jeden Fall. Ja, und Assassin's Creed wahrscheinlich noch. Wobei das letzte Assassin's Creed habe ich nicht zu Ende gespielt, das war mir einfach zu viel Inhalt, das hat mich richtig erdrückt. Mario Kart macht Bock, bis der Stachel kommt. Ach. Ich bin bei Mario Kart 8 tatsächlich gar nicht so ehrgeizig, deswegen stört mich das gar nicht, wenn der Stachelpanzer kommt. Tatsächlich. Aber klar ärgert man sich da, das ist logisch. Ach. Aber bei Videospielen ist es immer so, so Mario Kart und FIFA sind wahrscheinlich die Videospiele, wo man am, als normaler Mensch, wenn man jetzt nicht gerade League of Legends oder so komischen kranken Scheiß spielt, wahrscheinlich die Sachen, wo man am ehesten ausrastet, oder? Aber Mario Kart 8 wird immer für mich ein umstrittenes Mario Kart irgendwie sein. Mittlerweile mache ich das Spiel echt gerne, aber ich habe echt lange gebraucht, um mich an so ein paar Sachen zu gewöhnen. Ach, ich muss mein Gesicht, glaube ich, gleich mal weiter nach links machen. Ihr seht die Münzen und die Runden gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, aber man kann es halt verbessern. Oh, das war ganz schön knapp. Ich wollte auch nach hinten gucken, aber da in der Kurve war das gerade nicht so geil. Ah, scheiße. Ich habe Chat gelesen und ich glaube, die Strecke hier ist auch schneller, ne? Wie lang, meine ich. Ja, okay, jetzt kommen die ganzen Roten. Ja, Smooi hat was geschrieben. Ich gucke gleich mal nach. Ich hätte jetzt auf die Geraden eigentlich nachgucken können, aber ich wollte mir die Doppel-Item-Box auf jeden Fall holen. Aber gut. Ich glaube, er hat sowas sinngemäß geschrieben, wie ich raste aus, aber wahrscheinlich, weil er da schon zu lange spielt oder sowas. Irgendwie sowas sinngemäß hat er, glaube ich, geschrieben. Ja, warum nicht noch mehr rote Items? Ich hätte auch tatsächlich echt mal Bock, wieder Wreckfest zu streamen. Das ist ja so ein etwas realistischeres Rennspiel, aber trotzdem arcade-ig, wo man, ähm, ja, viel rammt und so, aber das wird leider nicht ankommen in dem Stream, deswegen kann ich es leider nicht streamen. Das ist halt so die Sache. Vielleicht werde ich jetzt trotzdem einfach das nächste Mal wieder streamen. Ja, der Plan für die nächste Zeit ist ja sowieso, Mario Maker werde ich erst mal sonntags weiter streamen, aber dann voraussichtlich ab nächster Woche, Samstag, werde ich dann ja Superluckytail versuchen, mal im Stream durchzuzocken. Ah, wie geht's? Boah, war das knapp. Also, das Spiel ist mittlerweile angekommen, ich hab's von Amazon bekommen. Das könnte auf jeden Fall ein süßes, kleines Jabodan-Plattformer-Ding sein, was mir gefällt. Und ich hab tatsächlich sogar noch gewonnen. Ich raste meistens in Splatoon aus, könnte aber daran liegen, dass ich jetzt schon... Ach, in Splatoon, okay. Ja, in Splatoon bin ich auch schon mal ausgerastet, auch im Stream. Einfach, weil Splatoon einige Sachen in dem Online-Spiel hat, die einfach mega dumm sind. Die haben wir schon öfters erwähnt. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses, wenn man total unterlegen ist, dann kann der Gegner dich ja campen, dass du nicht mehr aus deiner Startzone rauskommst. Und das war dann irgendwie mehrere Spiele hintereinander, weil die Zuschauer zu gut waren und da war ich dann echt angepisst. Ja, ach. Es gibt so, bei den Teamspielen, das kann ich verstehen. Ich bin jetzt nicht so der riesige Fan von so MOBAs wie League of Legends oder Heroes of the Storm, aber natürlich hab ich sie auch mal angezockt. Und da rasten die Leute ja vollkommen aus. Ich glaub, das allererste, was ich bei Heroes of the Storm gemacht hab, als ich das installiert hatte, ich hab erstmal den Chat ausgemacht. Einfach, weil ich keinen Bock darauf hab. Oh, wir spielen sogar 100 CCM. Okay, das ist krass. Kam mir auch tatsächlich ein bisschen langsam vor. Ja, ich kann auch gleich einen neuen Raum suchen, weil 100 CCM dauerhaft zu fahren ist auch nicht so geil. Ich glaub, ich such mir gleich mal einen neuen Raum nach dem Level hier. Kann doch nicht sein, dass ich nur einen Raum hab mit Leuten mit 1000 Punkten, wo ich 100 CCM fahren muss. oder einen Raum mit Japanern mit über 12.000 Punkten. Das ist doch nicht normal. Es muss doch auch einen Raum geben mit normalen Menschen. Denk ich zumindest, dass es das geben sollte. Ah, ne. 200 find ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Da sind halt die meisten Strecken nicht für ausgelegt. Das ist das Problem. Das war auch irgendwie ein Fail vor Nintendo, das 200 CCM nachher noch einzubauen, finde ich. Weil man merkt echt, dass die das im Nachhinein erst gemacht haben und sich vorher keine Gedanken darüber gemacht haben über eine mögliche höhere Geschwindigkeit. Weil manche Strecken dafür einfach so ungeeignet sind. Das ist so krass. 100 CCM ist so langsam. Ich könnte mir dabei einen Apfel schälen, glaube ich. 100 CCM Ja. Das ist langsam. Ne, aber ich habe tatsächlich, also ich spiele tatsächlich extrem gerne Rennspiele. Aber so Rennspiele laufen. Ja, es gibt coole Abkürzungen, das stimmt schon. Aber die meisten Strecken sind einfach nicht dafür ausgelegt. Finde ich. Ne, ich spiele gerne Rennspiele, aber auf Twitch kommen Rennspiele ja tatsächlich wirklich überhaupt nicht an. Sag mal, wie viele rote Panzer sollen wir hier in diesem Rennen eigentlich noch treffen? Ja, aber ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, wieso Rennspiele bei Zuschauern bei Twitch nicht ankommen. Irgendwie. Ach, scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. Ah, cool. Leute wollen meistens so Eco-Shooter und sowas wie League of Legends sehen. Och, ey. Das war jetzt bestimmt der fünfte oder sechste rote Panzer, der mich getroffen hat, oder? Der Mario Kart-Effekt, lol. Ja, weiß ich nicht, so Rennspiele, also ich würde mir Rennspiele angucken auf Twitch, aber ich kenne auch keinen Streamer, der Rennspiele spielt, wo ich jetzt sagen würde, boah, der macht das ja richtig gut, ne? Hat vielleicht auch damit zu tun, dass bei Rennspielen dich die Leute echt krass konzentrieren müssen. Normalerweise auch sowas wie Mario Kart, da kannst du halt labern, das ist scheißegal, welche Platzierung du letztlich hast. Stirb. Ja, aber ich suche mal einen neuen Raum. Das ist mir hier ein bisschen zu langsam mit 100 TCM. Ja, es gibt ja auch so Simulationsrennspiele, ne? Aber da habe ich mich auch noch nicht so intensiv mit befasst. Ich glaube, so das einzige halbwegs realistische Spiel, was auf Twitch einigermaßen angeguckt wird, ist Formel 1. Auch das habe ich mir überlegt schon mal zu holen, aber irgendwie weiß ich nicht. So, ich suche mal einen neuen Raum, ich zähle mal gerade oder warte mal zehn Sekunden, dass ich nicht jetzt wieder in den Raum reinkomme. Vielleicht habe ich ja Glück. Aber wahrscheinlich komme ich jetzt wieder genau in den Raum rein. Smui, weißt du das, ob es irgendwelche Seiten gibt, wo man nachgucken kann, wie viele, ups, die Kamera, wie viele Leute online so ein Spiel spielen irgendwie, sei es jetzt auf Steam oder für Nintendo online oder so. Hallo Paul, ich grüße dich. Na, alles fit bei dir? Ja, okay, der Raum ist schon besser von den Punkten her, das passt schon. Auch wieder hier so ein CST-Typen. Du kannst gerne mitspielen, Paul. Einfach nachscheinen, du hast ja meine IP, meine ich. Ansonsten kann ich sie auch noch mal einblenden. Oh Gott, der Kaffee ist gleich alle. Für dir? Ja, bin ein bisschen unter Zeitdruck. Ich kann auch heute nicht so lange streamen, weil Schwiegereltern gleich vorbeikommen und die die Nacht auch bei uns pennen. Jetzt gleich noch ein bisschen Unkraut zupfen. Yay. Was macht dieser Mensch? Der Severdian scheint irgendwie betrunken oder ARK zu sein. Ja, von daher freue mich, dass die gleich da sind. Das Wetter ist gut. Du kannst gerne mitspielen, Paul. Also. Außer wenn wir Multiplayer-Aufnahmen für Smash und Mario Maker machen. Da ist es immer ein bisschen schwierig mit mitspielt, aber ansonsten könnt ihr immer gerne mitspielen. So, habe ich noch Wasser hier? Ja. Exzellente. Was zockt ihr beiden denn im Moment so? Habt ihr im Moment was, wo ihr richtig suchtet oder was ihr durchspielt oder so? Oder spielt ihr mal diesmal das? Könnt ihr auch mal schreiben. So, du kannst gerade eh nichts spielen. Ah, schade. Äh, ich meine dich und ich meine auch Zmui, der eben da war. Boah. Müsste gerade aufstoßen. Gerade nur PC-Games und Rocket League. Ah, ja, Rocket League ist ja auch was, was man immer mal wieder zocken kann. Ja, ich bin im Moment dabei relativ intensiv WoW Classic mal wieder zu zocken. Das macht mir im Moment auch echt Bock. so Raiden und so. Weiß nicht, ob du WoW mal gespielt hast oder ob du dafür zu jung bist. Ist ja auch schon 15 Jahre alt, das Spiel. Mittlerweile was echt krasses. Ne, sogar 16 Jahre, glaube ich. WoW ist nicht so deins. Aber wir hatten auch Leute bei uns im Discord. Ich weiß nicht, ob du das warst. Hatte ich mal gelinst, die auch Final Fantasy 14 zocken oder irgendwelche anderen Online-Spiele. Oh Gott, 200. Und dann habe ich diese Fahrer-Kombination. Ja, okay, Pech. Ich hätte so Bock auf einen neuen 3D-World-Port. Ja, der wird ja bald kommen, tatsächlich. Also, gerüchteweise kommt der Ende des Jahres. Ich habe tatsächlich auch da im Moment Bock drauf. Und, ähm, wir haben ja mal einen Race darüber über das Spiel gemacht auf unserem Kanal. Und, ich meine, ich hätte das auf dem Kanal auch mal im Stream durchgespielt. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Oh Gott, 200 ist die Hölle mit dieser Fahrer-Kombination. Ja, das ist auch ein gutes Spiel. Ja. Ich hasse 200 CCM. Das Problem ist nämlich, dann muss man mit seiner 150-Fahrer-Kombination 200 CCM fahren und das ist einfach schrecklich. Naja, hat das Problem die anderen ja auch. Nee, 3D-World, finde ich, ist ein tatsächlich sehr unterschätztes Spiel. Das ist ja ähnlich wie Mario Sunshine. Ein Mario-Spiel, was eher nicht so gemocht wird. Insgesamt getrachtet von den Leuten. Bei Mario Sunshine finde ich das absolut gerechtfertigt, dass das niemand mag. Gut, gibt dann immer Ausnahmen, mit denen muss ich dann immer diskutieren. Aber 3D-World, weiß ich nicht, das mögen ja viele auch nicht. Aber ich finde 3D-World richtig geil, mir macht das echt Spaß. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf den Port. So bin ich ja jetzt auch mal für das 1 und wir sind hier verkehrt. Ja, es ist eben selbst überlassen genau. Man kann ja auch nicht alle Spiele mögen. Das wäre ja auch irgendwie erschreckend. Gut, es gibt dann immer noch diese YouTuber, die dann so tun, als wenn sie geht, die Spiel gut finden. Diese Leute finde ich eklig. Aber was ich hoffe, ist, dass das als Kollektion rauskommt. Also heißt, dass man alle Mario Kart, ne, Mario Kart sag ich schon, alle Mario 3D-Spiele, die gerüchteweise als Remake-Com, Mario 64 ist es ja, Galaxy 1 und 2, glaube ich sogar auch, und 3D-World, dass die dann zumindest irgendwie als Kollektion rauskommen und dass Nintendo nicht so schlau ist. Und das meine ich jetzt tatsächlich gar nicht sarkastisch, weil das wäre wirklich schlau, wenn die das so machen würden. Jedes Spiel einzeln für 20, 30 Euro oder so. Oder für 60. Weil es gibt Leute und Opfer, die würden sich jedes Spiel für 60 Euro dann kaufen. Und ich wäre auch einer davon. Sunshine weiß ich nicht, ob ich mir das auch dann holen würde. Aber 64, Galaxy und 2D-World. 2D-World Deluxe heißt es ja, gerüchteweise. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Also, ich habe Mario 64, also ich hatte ja früher kein N64. Ich habe es natürlich ab und zu mal gespielt, Mario 64. Ich kenne auch von diversen Twitch-Videos das Spiel grundsätzlich, aber ich habe es selber noch nie zu 100% durchgespielt. Und das wäre dann für Mario 64 für mich zumindest reizvoll, wenn das irgendwie als etwas aufgehübscht nochmal rauskommen würde. Außer als PC-Version illegal, hust, hust. Googelt mal, hust, hust. Ja, weiß ich nicht. Das Problem ist, wenn man wirklich einen normalen Job hat und daneben auch noch streamt, hat man echt wirklich Zeit, daneben noch andere Videospiele zu zocken. Und das sind dann halt die Sachen, wo man auch wirklich Bock drauf hat. Smui, ja, ich habe den Raum gewechselt und ich habe mal so in die Runde gefragt, was ihr im Moment so für PC-Spiele oder Videospiele zockt. Kannst du ja gerne auch mal schreiben. Dann habe ich gesagt, dass ich im Moment wieder ganz viel WoW zocke und dann haben wir so ein bisschen über die Mario-Remacks gesprochen, die ja gerüchteweise rauskommen, auf die wir uns alle sehr freuen. Das wird schön. Aber, okay, muss wieder weg, Paul. Mach's gut. Schade, ich wollte Paul gerade noch was Interessantes erzählen, was für ihn vielleicht interessant ist, weil ich ja dann Superlucky Tales rockere. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie, ja, wie so ein 3D-Machen gespielt. Vielleicht ist das ja auch was für ihn. Vielleicht hat das ja noch mitgekriegt. Achso, ja, ich spiele wahrscheinlich ab nächsten Samstag. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, ich hab das Spiel schon, ist aber noch nicht ausgepackt. Superlucky Tales im Stream. Das ist auch so ein ganz niedliches 3D-Plattformerspiel. Eventuell wäre das auch was für dich. Also, weiß ich nicht. Ich hab's halt in Videos gegeben und dachte mir, okay, das sieht eigentlich ganz cool aus. Kannst du dir ja dann angucken. Entweder live dann oder als Aufzeichnung, je nachdem. Also, ich freu mich tatsächlich schon drauf, dass die zocken. Ja, ja, so, ja. Er ist halt ein 3D-Plattformer, ne? Das kannst du halt mit jedem 3D-Plattformer vergleichen. Soll allerdings relativ einfach sein, was mich jetzt nicht stört tatsächlich. Bin mal gespannt. für schöne Plattformer, für schöne Plattformer bin ich eigentlich immer zu haben. Die mag ich ganz gerne. Gucken wir uns nächsten Samstag mal in aller Ruhe an. Och ey, ich hasse diese die Piranha-Pflanze. Mach's gut, Paul. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch in der letzten Runde so rausholen können, um nach vorne zu kommen. Ich hab allerdings die Befürchtung, dass mich mindestens noch 30 rote Panzer treffen werden. Irgendwie ist heute der rote Panzertag. Ist heute weltweiter Red Shell Tag oder sowas. Schon sehr auffällig. So, ich hab die Hoffnung, dass ein Blitz... Ah, scheiße. Ein Blitz kommen könnte noch. Das wäre jetzt natürlich exzellent. So, treffe ich den. Ah gut, der fällt auch von alleine runter. Sehr gut. Platz zwei. Okay, damit bin ich vollkommen zufrieden. Zweite Runde war halt ein bisschen nervig, aber ja. Der Smooey ist auch im Raum drin. Sehr schön. Okay, du spielst fast nur Splatoon. Ja, macht die Tyve ja auch. Also, meine Frau. Fortnite habe ich jetzt zum Beispiel letzter Zeit echt wieder weniger gespielt, weil irgendwie... Ja, bei mir ist in Fortnite immer so in Schüben. Ich hab mal richtig Bock auf das Spiel für zwei Wochen. Und dann mache ich da diese Aufgaben und zocke und dann habe ich wieder zwei Wochen absolut keinen Bock auf das Spiel. Mal gucken. also bei Fortnite da habe ich auch echt... Also, es freut mich für die Leute, die das wirklich dauerhaft spielen. Aber für mich immer nur ab und zu mal. Wie findest du meinen Mii? Welcher ist denn deiner? Der rechts neben mir? Der ist ganz witzig, falls es der ist. Also, der mit dem Hut da. Ach ja. Ah, das war's so sogar tatsächlich. Ja, was man tun ist auch ein nettes Spiel. Auf jeden Fall. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, nach dem Spiel mal Zellos und Rick zu schreiben. Ich bin denn ja Montag tatsächlich doch dabei, statt ursprünglich gedacht bin ich dabei. Aber na gut, erfahrungsgemäß ist es sowieso das Rickus das überhaupt schon wieder vergessen hat, was Montag ist und dann schreibt er Vormittags Hilfe spielen wir heute. Rick ist da immer sehr verplant. Das ist sehr witzig. Teilweise Ach scheiße, gibt es halt im Ausgesehen benutzt. Okay, das ist jetzt nicht so geil, weil hinter mir ist, glaube ich, kommt ein blauer Panzer oder warum lässt er mich vorbei? Merkwürdig. Egal, kann mich ruhig vorbeilassen. Habe ich kein Problem mit. Die Strecke hier ist auch eigentlich ziemlich geil, auch in 200 macht die echt Bock. Eine der wenigen Strecken, die in 200 richtig geil sind. Muss man ja so sagen. Nein! Boah, das war gemein. Aber in Mario Kart 8 wird man ja immer wieder relativ schnell auf die Strecke gesetzt. Nicht so wie bei Mario Kart Wii oder so, wo einem das irgendwie 10 Sekunden kostet. Okay, Tim hat die Piranha-Pflanze. Müssen wir ihn mal eliminieren. Ja, ich habe den gleich. Kleinen Lümmel hier. Da kommt sogar ein blauer, hat sich das eh erledigt. Tschüss, Tim. Ja, läuft doch, letzte Runde. Wenn jetzt kein Blitz oder sowas kommt. Sollte es was gewesen sein. Easy. Ich wurde gemario kartet, ja. Passiert. Hatte ich ja in dem einen Rennen auch, wo ich irgendwie 100.000 Mal von Roten Panzern getroffen wurde. Ach ja, oh, müde bin ich. Ich habe auch echt keinen Bock gleich, dieses Unkraut da noch rauszureißen, aber ich habe es Tybi versprochen. sehr froh, dass wir dich in diesem japanischen Raum vom Anfang zocken, Smui. Ich glaube, das wäre echt äußerst eklig gewesen. Nicht so meteormäßig, tatsächlich. So, der Neko hat noch irgendwas übrigens auf dem Discord gepostet, was er irgendwie so designtechnisch gemacht hat. Mit Gentle Edits sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob er da mit Celos oder mit Rick irgendwas besprochen hat von wegen, dass wir da irgendwas suchen oder so, aber könnte man ja womöglich irgendwo für benutzen. Sieht auf jeden Fall echt fett aus. Oh, das ist das erste Mal, dass ich gegen einen Spieler aus Slowenien spiele. Ich warte ja noch, dass man irgendwann mal gegen einen aus, keine Ahnung, Kongo oder so spielt. Mutra, hallo erstmal. Ja, natürlich kannst du Gavit spielen. Ich mache heute nicht so fürchterlich lang, weil die Schwiegereltern gleich kommen, aber so eine halbe Stunde würde ich auf jeden Fall noch machen. Wie geht's dir denn, Mutra? Alles fit bei dir soweit? Ah, okay, die Banane war ziemlich fies. Das ist eigentlich auch voll die geile Strecke hier mit diesen Toneffekten. Jetzt wurde ich gemario kartet. Muss ich da irgendwie beitreten? Boah, uh, ähm, ich glaube, du kannst online Freunde und dann, wenn du meine Freundes-ID hast, kannst du mir dann danach joinen. Ich meine, so funktioniert das. Vielleicht kann Smuyi dazu noch was sagen. Ich meine, du musst auf online und dann Freunde und dann kannst du danach joinen. Ich meine, meine ID müsstest du mir eigentlich haben. Ich habe keine Münzen, das ist nicht so gut. Oh, das ist natürlich nicht so geil. Aber wenn es ihm wieder gut geht, dann klingt das doch schon mal ganz gut. Aber ja, Klagernfälle sind nicht so das tollste, was einem passieren kann. Auf jeden Fall, alles Gute dann an deinem Vater. Nicht so schön. Okay. Ist der irgendwie Risikopatient? Übergewichtig oder viel Stress oder so? Das sind ja eigentlich so die... Ja, oder halt, wenn man alt ist, ne? Ja gut, ich bin jetzt keine Arzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch irgendwelche anderen Faktoren oder so gibt, aber ich habe halt mal bei einem sehr bekloppten Arbeitgeber gearbeitet, wo regelmäßig Leute halt Schlaganfall hatten. Irgendjemand, weil die so viel Stress hatten. Ah, okay. Ja gut, da kenne ich mich nicht mit aus. Ja gut, aber wenn es ihm gut geht, dann ist doch erstmal wieder alles ganz gut. Ja. So, dann schauen wir doch mal, welche Strecke wir als nächstes so kriegen. Wolkenpiste. Hm. Na, ich bleib mal beim Zufall. Bin dir beigetreten. Okay. Ja, er muss sich dann auch online und danach Freunde und Mitspieler dich suchen. Okay. Ja, er ist beigetreten. Perfekt. Ja. Irgendwie so hatte ich das auch in Erinnerung, aber dadurch, dass ich es selber lange nicht mehr gemacht habe, wusste ich es nicht mehr. Aber ganz ehrlich, man meckert über Mario Kart 8 oder so. Nein, doch nicht. Okay, wahrscheinlich bist du nicht reingekommen oder guckst gerade zu. Small Monkey. Fehler bei der Datenübertragung. Aha, okay, das ist ärgerlich. Wir meckern, dass kein neues Mario kommt, aber Mario Kart 8 ist auch so ein gutes Spiel. Wenn man das mal von der Online-Performance mit Splatoon vergleicht, mit dieser Replay-Funktion und alles oder mit der Stabilität, mit Crash-Team-Racing, ist das hier wirklich echt gut gemacht, also der Online-Modus. Man hat hier vor allen Dingen auch verschiedene Modi, auch mit Turnieren und so, was mittlerweile nichts Besonderes mehr ist, aber wenn man das mit Crash-Team-Racing vergleicht, wie unflüssig das läuft, ist das schon... Na, ich meine jetzt nicht vom Spiel, sondern von den Funktionen, die man hat. Weil bei Splatoon zum Beispiel, wenn man danach tritt... Okay, das ist bei mir jetzt nicht so. Wenn man bei Splatoon irgendwie nachjoint, da muss man halt drei Minuten eine grüne Wand angucken. Das finde ich halt... Ja, weiß ich nicht, dass die da keine Replay-Funktion eingebaut haben. Bin ich ein bisschen doof. Na, irgendwann kommt ja Splatoon 3 wahrscheinlich raus. Gucken wir mal, wie es dann ist. Die Bombe macht mir gerade ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Wir haben Rocket... Oder wir spielen Rocket League einigermaßen regelmäßig. Mutra, wir haben das zum Beispiel letzten Montag gespielt. Kommt dann auch die Aufnahme auf unserem Kanal. Also wir spielen das nicht regelmäßig, aber unregelmäßig. Also Rocket League habe ich letzten Montag zum Beispiel gespielt. Haben wir auch aufgenommen. Kommt dann jetzt, glaube ich, bald irgendwann mal. Wir sind da nicht gut drin, aber wir haben da auf jeden Fall Spaß. Wo habe ich Glück? Da habe ich auch Glück. Wieso fährt denn der nach rechts? Ist der dem nicht? Okay, dadurch habe ich jetzt gewonnen. Wenn er nicht nach rechts gefahren hätte, hätte er gewonnen. Wer das auch immer war. Ja, mit diesen ganzen Tricks bei Rocket League sind wir dann natürlich raus. Wie heißt der Kanal? Achso, du kennst den gar nicht. Du musst mal Ausrufezeichen YouTube eingeben. Gentle Idiots ist das. Steht auch oben links. Ich kann es auch gerade mal selber machen. Ah, Hilfe. Wo ist denn die Tastatur? Okay, der Befehl geht nicht. Achso, Streamlabs ist auch gerade gar nicht an. Sehe ich. Fail. Ich bin der Spongebob-Typ. Achso, Zufall. Ja, wie gesagt, Gentle Idiots heißt der Kanal. Ich mache gleich noch mal auch so bezeichnet YouTube. Sobald Streamlabs irgendwann mal auf ist. Ach, da sehe ich den Spongebob-Typen. Schon wieder Party. Haben wir die heute nicht schon jetzt dreimal gehabt oder so? Streamlabs, würdest du dich bitte im Hintergrund öffnen? Ja, noch geht es nicht, Mutra. Ich musste gerade, ich habe Streamlabs vergessen anzumachen, weil heute ist es ein bisschen stressig. Weil die Schwiegereltern gleich kommen. Nach dem nächsten Rennen mache ich es mal. Dann müsste es funktionieren eigentlich. Ansonsten schicke ich dir, packe ich den Link da gleich und dann haben wir mal direkt rein. Okay, Start verkackt. Nach dem Rennen poste ich dir einfach mal den Kanal-Link. So, ja, schlechter Start. Wir gucken mal, dass wir relativ schnell wieder nach vorne kommen. Okay, die Kube war doch besser genommen als ursprünglich gedacht. Ich könnte den abschießen, aber der hat eh eine Banane. Okay, ich könnte den abschießen, aber ich glaube, gleich habe ich ihn, oder? Schon wieder gekickt worden. Was ist da los? Jetzt fürchte ich, hat der Erste gewonnen. Den kriegen wir nicht mehr, außer es kommt noch ein blauer Panzer oder sowas. Keine Münze, Platz 5. Vor mir jemand mit drei roten Panzern, die er zum Glück sinnloserweise verballert. Wobei, einen hat er noch. Danke, Linkspieler, dass du alles für mich freigeräumt hast. Das Mui haben wir da auch im Bild. Mammutrad, wahrscheinlich gerade irgendwie Internetprobleme, keine Ahnung. Okay, das ist schon, klingt schon ein bisschen merkwürdig. Ja, okay, da hast du dir deine Frage selber beantwortet. WLAN. Das böse WLAN. Ist irgendwo ein blauer Panzer unterwegs, oder warum hat der so einen krassen Fahrfehler gemacht? Mit WLAN zocken mache ich halt überhaupt gar nicht mehr. Das ist halt so ein krasser Unterschied mit LAN oder WLAN zu spielen. Gut, manche Leute können halt nicht mit LAN spielen aus diversen Gründen, aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man auf jeden Fall immer mit LAN versuchen zu spielen. Achso, ich wollte ja mal den YouTube-Kanal verlinken für Mutra. Ich packe den dir da mal gleich direkt rein. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn du da mal vorbeischauen würdest. Wir haben im Moment so einen ganz nervigen Bot, der schreibt unter jedes Video Loved it, wanna be friends. Das ist so unfassbar nervig. Ähm, Moment, wie kann ich denn? So müsstest du auf unseren Kanal kommen. Warte mal. Warte mal. Guck mal, ob du so da drauf kommst. Ich abonniere. Dankeschön, das wäre cool. Ich habe kein LAN-Kabel. Ja, okay, das ist ärgerlich. Ich habe zuerst den YouTube gefunden. Ja, so ein LAN-Kabel für die Switch gibt es. Man kann auch das für die Wii U benutzen. Das ist, glaube ich, das Gleiche, wenn man noch mal ein bisschen Geld sparen will und einfach Wii U LAN-Kabel googelt. Das kostet ungefähr 20, 30 Euro und das ist wirklich eine Investition. Also vor Twitch. Ah, okay. Nee, war jetzt für Mutra, weil Mutra eben gefragt hatte und ich habe Streamlabs eben nicht angehabt, aus Versehen. Don Conchito fährt mit uns. Kostet 30 Euro, das ist auf jeden Fall eine Investition wert. Wenn man die normale Switch hat und nicht die Switch Lite, dann Dankeschön, Mutra. Kann man mit LAN online spielen und LAN ist halt immer eine stabilere Verbindung als WLAN. WLAN ist immer so schwankend, ne, das ist so eine Welle. Mal hat man gutes Internet, mal schlechte und bei LAN hast du immer besseres Internet und auch konstant höhere Bit-Zahlen und was weiß ich alles, Download-Geschwindigkeit, Download-Geschwindigkeit. Scheiße. Also ich bin tatsächlich, ich zocke gar nichts mehr im WLAN. Außer wenn ich mal Pokémon Go spiele. Das kann ich logischerweise nur im WLAN spielen, aber ansonsten wir haben uns ja hier sogar beim Einziehen in dem Zockerraum von mir so eine LAN-Steckdose eingebaut. Du kannst dreimal raten, was mir gerade passiert ist. Du hast einen Disconnect. Du hast einen Disconnect. Du hast einen Disconnect. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, ach scheiße, diese Banane, da war echt fies. Hol dir dieses Lahn-Ding. Das ist wirklich eine Investition wert. Die sind der glückliche Gewinner. Was habe ich denn gewonnen? Mutra. Okay, hier werde ich kein Stück Mario-Karte gerade. Oh, geil. Groß geblitzt. Aber leider zwei vor mir auch. Man hat gleich Lust, irgendwie in so eine Stadt zu gehen und einzukaufen. Leider kann man es nicht. Also kann man schon, aber nur eingeschränkt. Das ist auch was, was ich nach Corona auf jeden Fall machen werde. Mal einen Nachmittag in eine Stadt fahren. Also in eine größere Stadt. Ich wohne hier ja auch in einer Stadt. Scheiße, das war richtig affig. Ja, okay, das Rennen ist RIP. Mehr als Platz 7 oder so ist nicht mehr drin. Goldpilz eventuell. Aber da kommt ja gleich erstmal die Kurve, oder? Egal, ich zähle den einfach trotzdem. Goldpilz! Miau! 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 Jetzt bitte noch ein Goldpilz, das wäre ja ziemlich geil. Okay, ein Stern. Also Platz 3, dafür, dass das Rennen so scheiße gelaufen ist, ist echt gut. Ich bin so dumm. Oder bin dumm, was ist denn passiert, Mutra? Und dann kurz vor dem Lachen ziehen nochmal ein Blitz. Da hatte ich Lack. Richtiges Lack. Nicht den Lack zum Auftragen, sondern das Glück. Man wird gekickt, wenn man rückwärts fährt und mein Pro-Controller ist. Ach, scheiße. Ach. Ja, okay. Das erklärt, warum du immer die Disconnects hast. Pro-Controller ist kaputt. Ja, kannst du dann höchstens einschicken, ne? Musst du mit Joy-Cons spielen. Das ist, ja, geil. Ach, das tut mir leid. Mit Joy-Cons spielen ist es immer belastend. Ja, wahrscheinlich ist er ihm runtergefallen oder... Wobei, bei Tübi... Tübi hat ja diesen Splatoon-Pro-Controller, diese Sonderedition. Und bei ihr ist hier dieses, ich weiß nicht, Analog-Ding hier kaputt gegangen. Das ist immer nach rechts und nach links. Und da hat sie den auch umgetauscht. Ja, ich glaube so, die erste Generation von den Controllern bei der Switch-Generation, die ist irgendwie nicht so geil. Ich habe Glück gehabt, meiner ist immer noch vollkommen intakt. Und ich finde auch, den Switch-Pro-Controller ist einer der besten Controller, den es gibt. Zusammen mit dem PS4-Controller sind das so meine Lieblinge eigentlich. Ja, der ist mir... Ja, okay. Das ist natürlich doof, wenn der runterfällt. Ich habe auch noch zwei weitere Controller für die Nintendo Switch tatsächlich. Tübi hat mir mal so einen Bayern-München-Switch-Controller zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe noch einen Yoshi-Pro-Controller, in Anführungszeichen. Der geht allerdings nur mit Kabel. Der Yoshi-Controller ist echt hübsch. Wird man sagen. Das hier ist eine der wenigen Strecken, die ich tatsächlich in 200 CCM sogar deutlich cooler finde als in 100, wenn man hier so richtig schön weit springt. Das ist richtig cool. Okay, den Pilz habe ich gewastet. Das ist aber nicht so geil. Okay. Ja, aber hier ist viel möglich in der Strecke. Am Ende ein gutes Item. Und dann kommt man wieder nach vorne. Schauen wir mal. Irgendwie bin ich jetzt auch schon wieder auf Platz 3. Ich weiß gar nicht so wirklich, warum. Den Smooi habe ich gleich auch. Ja, die letzte Runde entscheidet hier. Und traditionell habe ich in der Strecke hier eigentlich immer Pech. Schauen wir mal. Oh, oh, nicht in den Roten reinfahren. Smooi ist auf 1, glaube ich. Oder war auf 1. Ja, das ist wieder das typische Berry-Exide-Bike-letzte-Runde-Glück. Das ist so ätzend. Ey, sag mal. Ich wurde gemariert, du kasselst. Und jetzt werde ich noch mehr gemariert. Ja, renn ist RIP. Ich bräuchte einen Goldpilz. Das ist das Einzige, was mich noch retten könnte. Und ich habe Glück gehabt am Ende nochmal. Wieder Dritter. Eben hatte ich, glaube ich, auch so ein richtiges Pech-Rennen. Und Smooi hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich am Ende nochmal Glück gehabt. Von 10 auf 3 innerhalb von einer Geraden läuft. Ich hasse die Strecke. Ich finde die in 200 gut, aber in 150 finde ich sie auch nicht so geil. Aber es gibt schlimmere Strecken. Tatsächlich. Mir fällt nur spontan keine ein. Ja, zwei Rennen können wir noch machen. Dann läuft mir leider so ein bisschen die Zeit weg. Ja, du kannst halt im Gras abkürzen bei Excitebike, ne? Äh, Toad's Hafenstadt Lieblingsstrecke. Das hier ist meine Lieblingsstrecke in Mario Kart 8. Tatsächlich die Gruselwusel-Villa und, ähm, diese 3DS-Remax-Strecke von Donkey Kong. Das sind meine Lieblingsstrecken. Von den neuen, die hier und von den Remax-Strecken 3DS Donkey Kong. Dschungel heißt die, glaube ich. Das ist eine mega geile Strecke. Bei Mario Kart Wii waren meine Lieblingsstrecken eigentlich, glaube ich, Blätterwald. Doch, ja, Blätterwald wird sie nicht. Ja, die Strecke hier hat irgendwie was. Die finde ich ganz cool vom Design und von der Musik und so. Ich frage mich auch immer noch, ob hier links oder rechts schneller ist. Ich weiß es bis heute nicht. Scheiße, kein Item. Ja, guck mal. Oh Gott. So, Antalam oder wie du heißt. Werf mal deine Roten nach vorne. Tu mir den Gefallen. Okay, ich könnte jetzt abkürzen, aber dann schießt er mich ab. Das bringt halt gerade nichts, den Pilz zu benutzen, oder? Wobei. Ah, scheiße. Ach, ich hasse mein Leben. Ja, ich hasse es. So, Mario Kart Wii auf 11. Mal gucken, was wir hier noch in 1,5 Brot schaffen. Braucht jetzt auf jeden Fall irgendwie ein krasses Item. So ein Kugel-Willi wäre jetzt mega nice. Ha, da ist er. Da ist der Kugel-Willi. Okay, als nächstes hätte ich gerne noch ein Kugel-Willi. Wenn ich schon mir das Item wünschen darf, scheinbar. Platz 5 wäre ich mir zufrieden. Tatsächlich. Scheiße, ich würde... Ah, wobei, dann kann ich den Pilz dazu nutzen. Der erste ist aber auch gar nicht so weit weg. Ja, Platz 4, das ist okay. Damit kann ich leben. Joa, passt. Kein Punkt gewonnen. So, letztes Rennen für heute. Wie gesagt, danach muss ich Unkraut zupfen. Bäh. Vor allem das Schlimme ist, dass es Unkraut zupfen ist an der Straße. Und dann... Oh, dann zupft jemand Unkraut. Ich muss den jetzt erstmal angucken, was der da so macht. Früher war ich eine Maschine in dem Spiel und jetzt... Ja, passiert. Ich war früher auch mal in Pro Evolution Zocker richtig gut, aber dann habe ich es jahrelang nicht gespielt und jetzt bin ich leider nicht mehr gut. Aber das Gute ist, wenn ich gleich Unkraut zupfe, mal was Positives zu sehen. Ich bin ein bisschen in einer frischen Luft und, sagen wir mal ehrlich, so als Zocker oder als Nerd ist man das ja eigentlich nicht. Danach werde ich verschwitzt sein und genervt, aber... Joa. Lieber verschwitzt sein und genervt als... Noch verschwitzt und genervt. Keine Ahnung. Die Strecke hier mal online fahren können, die wird irgendwie so gut wie nie gewählt. Boah. Ich weiß noch, was ich am Anfang für Probleme hatte mit manchen Kartkombinationen, diese eine Kurve da zu kriegen. Also in Mario Kart 8 Vanilla, sage ich jetzt mal. Also wo waren hier nochmal die Abkürzungen? War das hier? Ja, tatsächlich. Da wurde er gemarriokartet, der schwarze Yoshi hinter mir. Wird schnell ein Schutz-Item und dann läuft es eigentlich. Natürlich kriege ich kein Schutz-Item. Ungünstige Stelle, um gemarriokartet zu werden. Ja gut, aber ich bin doch relativ... Okay. Das Mario gekartet werden geht weiter. Und weiter und weiter und weiter. Ach Mist. Habe ich so ein bisschen auf die Doppelbock spekuliert, aber irgendwie... Es ist hoffend, dass die... Boah, danke, dass du den Panzer für mich abgefangen hast. Platz 3. Ich höre 100.000 Geräusche hinter mir. Das ist nicht gut. So, jetzt irgendwie was krasses. Das Item-Glück ist mir nicht hold gerade. Komm, 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 komm. Die, 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 die Musik ist auch Hammer. Pils. Ja, der ist für diese Abgriffe ganz nett. Der Typ schlau ist, schießt er den Panzer jetzt hinter sich, aber... Ja, okay, macht er sogar auch. Nein, wieso muss jetzt ein Blauer kommen? RIP. Damit sollte ich auf Platz 5 oder so zurückfallen, normalerweise. Ach, wobei geht. Platz 3. Vielleicht auch Platz 3, weil ich nochmal einen Fehler gemacht habe. Nein. Ja, cool. Das war doch... Schön. Wäre jetzt der Blaue nicht gewesen, hätte ich das Rennen sogar auch noch gewonnen. Aber so ist das. Ach, gehen müde. Ach, der hat auch 32.000 Punkte. Ja, gut. Halb so wild. Bis aufs Ende war es schön. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, welche Platz du noch geboren bist, Moe. Na gut. Können wir morgen Rocket League zocken? Ja, zur Abmoderation komme ich jetzt. Da sage ich auch nochmal ein bisschen was. Ja, also heute kurzer Stream, weil meine Schwiegereltern, wie gesagt, gleich kommen. Äh, wie auf dem Discord auch schon steht, morgen fällt der Stream aus, weil Schwiegereltern übernachten bei uns und, äh, ja. Die werden wahrscheinlich nicht direkt um 12 Uhr oder um 11 Uhr morgens dann wieder fahren. Von daher, morgen kein Stream fällt aus. Einfach, einfach mal und, äh, ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Man sieht sich. Und, ja, hoffentlich bis ganz bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.